Oh, ist das finster. Ne, aber ist das dunkel. Nightwash. Der sprintet, aber auch wie ein Mädchen, ne? Der Assassiner. Alter Vater. Ist er eine kleine Pussy. Ja, ist nicht nur eine kleine Pussy, ist er eine große Pussy. Pussy, Lover, Pussy, Pussy. Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle. Kommt in die Granate her. Ja, kannst nicht noch unauffälliger durch die Gegend fliegen? Tango am Boden. Irgendwer hat irgendwen geholt. Ich glaube, der über mir. Wer ist das? Browser? Bruna. Warte, ich muss mal kurz Lärm machen. Ich mach die Laterne aus. Und die Laterne. Und die Laterne. Boah, was? Gas. Wo? In meine Richtung. Ich verliere Muni. Äh, äh, ähm. Leben. Er wurde wiederbelebt. Ja, ich wurde geholt. Scheiße. Ich meine, ich holte ja noch einen Draw raus. Gucken wir mal. Maybe. Augen auf. Feindliche Drohne. Bin festgenagelt. Ach, schade. Alle Verbündeten sind tot. Ziel nicht erfüllt. Er hat es gut gespielt, doch. Nachträglich so. Ja. War nicht schlecht. Ich will nur diesen Busch erreichen. Bitte, lass mich nur diesen Busch erreichen. Gut. Warum die Schall sich genervt hier bei dem Typen? Feindliche Drohne. Aufpassen. Sehr gut. Also ich bin 70 Meter vom Netzwerkzugangspunkt. Der sitzt quasi am Haus. Rechts habe ich den Zaun. Da läuft einer. Da im Haus ist einer. Das ist meiner hier. Sehr gut. Also in dem Haus muss einer hocken. Okay. Na, da schießt doch auch irgendwer mit Pfeile. Wer ist getroffen? Ich war. Der Kerl ist hin. Der Schuss. Wo kommt der her? Fuck. Da habe ich meinen Echo-Load ausgemacht. Anders hätte ich den gemerkt. Leute. Wo sitzt er? Der war. Wenn er durch die Gasse guckt, wo der Schirm ist. Da oben saß er. Da rechts ist Getöse. Wir haben einen wieder geholt. Das könnte der sein, da wo ich liege. Pst. Ja. Hinten an der Ecke bei mir. Bewegt mich. Ah. Hol ich noch einen? Ja, einen habe ich noch. Schade. Zwei waren es. Sehr gut. Nee. Ah ja. Und er hockt wieder. Er hockt wieder. Das Beste, was er machen kann, ist jetzt. Wir liegen aber auch alle wieder extrem kacke aufeinander. Mit 20 Metern jeweils auseinander. 134, 156, 171 oder was? Ja. Mann da. Kruppenkuschel. Weißt du, als Ausrede sagen wir einfach, wir wollten einfach Skat spielen. Genau. Feindliche Drohne in der Luft. Das war ein kurzer Drohneinsatz. Feindliche Truppen sichern den Zugangspunkt. Das war's. Ein Drecksack weniger. Genau. Oh wow. Keep cool. Alles gut. Läuft noch einer? Tango getroffen. Ja, läuft doch. Ich werde hier festgenagelt. Alle Verbündeten gut, Ziel nicht erfüllt. Da ist von Lüge nicht einer gekommen. Schade. Ich werde hier festgenagelt. Alles gut. Ich werde hier festgenagelt. Ich werde hier festgenagelt. Vielen Dank.